Neuntens, die Fischer von St. Dunstan. Ich, Clemens, lobe die Werke der Weisheit Gottes. Wie vorzüglich und zur Bewunderung auffordernd erscheint nicht dem, der von Erdkunde einigen Unterricht besitzt, die Tatsache, dass eine Verbindung bestellt ist zwischen dem Ozeanus und der Nordsee, durch einen Meereszug nämlich der, hingehend zwischen Karolingen und England, seiner Schmalheit wegen im Scherze der Ärmel genannt wird, sonst auch wohl der Kanal, obgleich man genau genommen nur eine von Menschenland gegrabene Rinne als Kanal bezeichnen sollte. Nicht aber Gottes salziges Element, welches von der stehenden Ruhe eines Kanales nichts aufweist, vielmehr nur zu oft, von Stürmen gepeitscht und zu wildem Ündenschlag aufgeregt, den Schiffer das Beten lehrt. Dies gilt selbst für größere und seetüchtige Schiffe, wie das, auf dem ich selbst vor kurzem dieses Wasser durchschnitt. Aber wenn ich bedenke, welchem ungefähr darauf ein schwacher Kahn, ein offen Boot anheimgegeben ist, das ein bloßes Spielzeug der Wellen vielleicht nicht einmal bemannt oder doch nur auf die sonderbar zarteste und hilfloseste Weise bemannt ist, so schaudert mir vor der Knappheit der Hoffnung, die für solche Schifflein besteht, jemals glücklich zu landen. Und ich bestaune die Geschicklichkeit Gottes, mit der er es, wenn er will, durch Gefahren zu steuern weiß, welche er selbst ihm auftürmt. Inseln sind bereitet in diesem Wasser, nämlich dort, wo es sich schon gegen das Weltmeer öffnen will. Größere, kleine und ganz kleine, genannt die normannischen, wohl weil sie näher gegen Franzia und das Land der Normannen gelegen sind, als gegen Cornwall und Sussex. Und auf eine der kleinsten davon, abgelegen, von den anderen tiefer ins Meer hinein gegen Engeland, bin ich im Begriff für mich, mit dem Leser im Geiste zu versetzen. Das war ein flutumgürtetes Stückchen Gottes Erde, dessen Bewohner zwar zu ihrem Heile vom Christentum waren erreicht worden, sonst aber ein recht ursprüngliches, im Weltgeschehen wenig erfahrenes Leben führten. Ihrer Mehrzahl nach waren sie in einer zerstreut gebauten, mit Viehweiden und Nutzgärten durchsetzten Ortschaft ansässig, die, so viel sie wussten, wie die ganze Insel St. Dunstan hieß und näherten sich von Rinderzucht, Butterbereitung, Gemüsebau und Fischfang. Ich begebe mich dort hier nicht zuletzt, sondern gerade vor allem, um eines frommen und trefflichen Mannes willen, dem meine ganze Sympathie gehört und dem ich schon hier meinen Dank entrichten möchte für die hervorragenden Dienste, die er in seiner Güte der Geschichte leistete, mit deren Auffrischung ich mich gottgefällig unterhalte. Es ist seine Ehren Gregorius, Abt des Klosters Agonia Dei, welches, hervorgegangen aus seiner uralten Laura- und Koinobitensiedlung und in der Regel von Zisterzium gehorchend, nahe dem gen Abendgekehrten Strande des Eilandes gelegen war und seine geistliche Zierde bildete, übrigens, wie ich hoffe, auch heute noch bildet. Von Konventualen, die die Gelübde abgelegt hatten, warg es in seinen Mauern nicht viel mehr, als unser Herr und Heiland Jünger hatte, vielleicht 14, dazu eine Anzahl dienender Laienbrüder, welche das Kloster viel besorgten, außerdem immer auch einige Kinder, die, und zu Mönchen bestimmt, den Brüdern von Not Gottes zur geistlichen Schulung übergeben waren und zum Teil auch von anderen Inseln stammten. Sie alle aber, groß und klein, Greise, Männer und Knaben, blickten seiner Güte, milde Gerechtigkeit und Fürsorge wegen mit einmütiger und zutraulicher Ehrfurcht zu ihrem Abte Gregorius auf, wie zu einem Vater. Und so ist es, wie der Gelehrte weiß, ja auch nach dem Sinn der Sprache. Abt Gregorius ist als ein einnehmender Mann von mäßiger Statur zu schildern, dessen volles, sorgfältig geschabtes Gesicht mit kleinem Munde und gerundet vorstehender Unterlippe von einem schön polierten Glitz und Glatzschädel überwölbt war. Krauses Grauhaar stand an den Schläfen davon ab. Sein Ordenskleid, gegürtet mit einem sauber gedrehten Stricke, durch den der Rosenkranz gezogen war, wurde von einem anständigen Bauchrenzlein gehoben, das eher als Ausdruck guten Gewissens, denn als Beschwernis wirkte. Nichts nahm es der Turnüre des Abtes angefälliger Beweglichkeit, bemerkenswert für seine Jahre, deren es 50 waren. Dass Trägheit und weichliche Selbstschonung seine Sache nicht waren, erweist sich dadurch sogleich, dass wir ihn eines sehr frühen Morgens bei mehr als unfreundlichem Wetter, denn die Wolken hingen tief und triefend und es stürmte hässlich aus Nord-Nordwest, ganz allein unterwegs finden, hinab zum Strande, die hufeisenförmige Bucht umwandelnd, welche auf dieser Seite in die Insel einschneidet und in die das Meer seine an vorgelagerten Steinbänken sich brechenden Wogen rollt. Im Rücken sein Kloster, dessen Baulichkeiten sich, von Regen verschleiert, gegen einen Streifen dunklen Gehölzes abzeichneten, schritt der Abt, seinen langen Stab voransetzend, mit geschürzter Kutte im nassen Sande dahin, oft zwischen allerlei Felsgerümpel hindurch, das dort brockig und klotzig, wenn ich zu Schutz erkleinert, herumlag. Um die Schultern trug er zum Schutz gegen die Nässe eine Filzdecke, die er vorn mit der Hand zusammenhielt und hatte auf den Kopf einen ganz ungeistlichen Wetterhut mit hängender Krempe gestülpt, wie wohl die Fischer der Insel ihn bei ihrem Gewerbe trugen. Blinzelnd hielt er den Kopf schräg gegen den Wind gestimmt, wandte aber öfters sein benetztes Gesicht zur Seite, um mit Sorgen der Miene aufs offene Meer hinauszuspähen. Seine Gedanken waren die folgenden. »Garstig, garstig! Wir haben viel schlechtes Wetter auf unserem Eilande, aber dies ist doch ausnehmend widersam in Anbetracht der Jahreszeit. Ich murre nicht, aber ich bin beunruhigt, wie die Brecher, die in der Bucht hier oben schon leidlich gezähmt sind, an den Bänken hochspritzen, sie von Zeit zu Zeit gänzlich überfluten und sich wild in die brackigen Vorsehen zu meiner Rechten ergießen, sodass ich mit fast unziemlicher Hurtigkeit vor den Fluten beiseite zu springen gezwungen bin. Wie muss es da erst draußen im Offenen zugehen, wo sich auf mein Geheiß die Fischersleute, Gebrüder Wickler von Edelwolf befinden? Wer mich hier sehe, würde sagen, dass ich trotz diesem bitteren Wetter mich an den Strand begebe. Ich begebe mich aber gerade wegen des Wetters so früh schon hierher, getrieben von Unruhe. Es ist auch die Unruhe, welche einem so müßige und nebensächliche Betrachtungen eingibt, wie diese über Trotz und Wegen, die ein und dasselbe werden in meiner Unruhe. Gott will nicht, dass der Mensch zu ruhig sei, sondern versieht ihn zu seiner Züchtigung mit Unruhe, indem er ihm eingibt, sich selbst damit zu versehen, wie ich es getan habe, dadurch, dass ich die fischenden Männer hinaus sandte bei diesem Wetter, das man allerdings gestern Nachmittag nicht voraussehen konnte. Wie ruhig könnte ich sonst doch sein, ohne diese selbstbereitete Sorge. Denn es steht ja im Übrigen alles zum Besten oder doch zum Recht Guten auf diesem Eilande, das nach der Versicherung seiner bejahtesten Einwohner Sankt Dunstan heißt und mit meinem Kloster dort hinten, das ohne Frage Not Gottes genannt und auch auf den nächsten, immerhin auch schon weit entfernten Inseln, unter diesem Namen bekannt ist. Nur in Demut kann seiner gedacht werden und keine ernstliche Versuchung zum Stolze will es bedeuten, sein abzusein. Denn unter den Klöstern der Christenheit ist es ein geringes und hat nicht einmal ein eigenes Kapitel, sondern das Tönakel muss auch den Konventsaal vorstellen, obgleich dort immer ein abgestandener Geruch nach irdischer Speise herrscht. Auch hat nur die Hälfte der Brüder eigene Zellen, die anderen müssen in gemeinsamen Schlafsaal nächtigen und nur ich natürlich habe eine geräumige Stube für mich, woran ich nicht mit Selbstgefälligkeit denken, sondern mich nur dankend erinnern sollte, wie smoothlich alles in unserer kleinen Gotteswirtschaft seinen frommen und wohl eingefahrenen Gang geht und wie angenehm es ist, ein von langer Hand her gemachtes Bett vorzufinden, sodass man nicht mehr Grundwerk zu tun und die Wildnis zu roden braucht, sondern nur zu bewahren und alles im Rechten zu halten hat. Das Pionieren und Roden haben vor hundert Jahren und noch viel mehr die Brüder vom einsamen gemeinsamen Leben besorgt, die zuerst hierher kamen, Spaten, Hacke und Kelle handhabten, Steine, Karten und, indem sie sowohl ihr Klaustrum bauten, wie auch den sandigen Grunde zum Gemüseland schufen, zugleich die finsteren Köpfe der Inselbewohner aufklärten und sie mit der Wahrheit Jesu erleuchteten. Sie wussten wohl, dass der Müßiggang die Pfütze aller Versuchungen ist, darum widmeten sie sich nicht nur der Betrachtung, von der sie auch nicht hätten leben können, sondern werkten und rodeten fleißig, wie auch ich darauf halte, dass meine Schäflein neben der Gottesversenkung immer auch einige derbe Hand und Gartenarbeit versehen zu ihrer redlichen Ermüdung. Ich selbst natürlich bin zu alt und würdig dazu, zu alt, nicht zu würdig. Das Wort würdig flüstert nur der Teufel mir ein, um meine Demut zu Schanden zu machen, welche ohne dies stets gewissen Gefahren preisgegeben ist, weil ich erfreulicherweise als infolierter Abbott, der erste Mann auf der Insel bin, über dessen Hand sich jeder neigt, der ihm begegnet. Ob diese Leute wirklich vor Zeiten dadurch zum Christentum bekehrt wurden, dass eine schon aufgeklärte Jungfrau, die sie einem Drachen opfern wollten, welcher die Insel verheerte, diesem das Kruzifix entgegenhielt, sodass er, nachdem er noch einmal Feuer und Dampf aus seinem Rachen gestoßen, sich auf die Seite legte und starb. Es heißt, davon seien alle so beeindruckt gewesen, dass sie sich sogleich allesamt zu Jesum bekannt hätten. Ich kann die Geschichte kaum glauben, denn wie sollte ein Drache auf diese Insel kommen und aus welchem Ei sollte er gekrochen sein? Ich vermag mir einfach einen Drachen, der Jungfrauen zum Opfer nimmt, daher nicht vorzustellen. Aber das ist vielleicht nur ein sündlicher Mangel an Einfalt, wenn mir auch auf die Gefahr hin, dass ich damit in des Hochmutsteufels Küche komme, ein gewisser Unterschied zwischen dem, was ein gelehrter Mann glauben soll und dem Glauben des Vulgus vor Gott gerechtfertigt scheint. Nebenbei gedacht, und zwar mit Sorge gedacht, steht das Christentum der Leute hier nicht einmal auf den festesten Füßen, ob nun ein Drache war oder nicht, und gerade darum ist es ein so großer Segen, dass wir Brüder hier auf der Glaubenswacht stehen in Agonia Dei. Denn ein Erworbenes kann wieder verloren gehen, wie ich ja gehört habe, dass im sogenannten Allermannenlande, fern von hier, das Christentum schon zu Römerzeiten Fuß gefasst hatte, dass aber jenes Land in Finsternis zurücksank, bis zum Erscheinen gewisser irischer Sendboten, welche das Licht wieder entzündeten. Abgeschiedenheit von der Welt durch viel Wasser hat wohl seine Vorzüge, indem sie einfältig erhält und vor mancher Verwirrung bewahrt. An der anderen Hand gerechnet aber, ist es auch wieder nicht gut, wenn große Völkerbewegungen, Wandlungen und Wanderungen, wie sie meines Wissens vor Zeiten geschahen, an dem einsam in sich selbst Versponnenen fern vorüber gehen, also das, wenn ich mich in Gedanken so ausdrücken darf, das Weltgeschehen ihn nicht mitnimmt, sondern ihn auf altertümlicher Stufe unerfahren zurück und beiseite lässt. Ich weiß recht wohl, dass hier in den Gemütern und den stillen Bräuchen allerlei rückständig ist, das kaum einen besseren Namen verdient als den des Druiden-Greuels und gegen dessen Überhand nehmen unsere kleine Gottesburg das einzige Wollwerk bildet. Allezeit sind diese Leute, weil niemand sich um sie kümmerte, unter sich an Ort und Stelle gesessen, wo doch sonst, wie ich glaube, kein Land der Erde von seinen Ursassen bewohnt ist, sondern sind alle auf den Schub gebracht worden und haben andere vor sich her geschoben, die sich auch neue Städten suchen mussten, sei es, dass sie sie schon verlassen vorfanden oder dass sie sie an sich rissen mit grober Hand. So habe ich von den Burgunden vernommen, die vom Hohentule hinabzogen bis an den römischen Grenzwall und nicht ohne Selbstgefälligkeit am Stromerenus saßen, wo sie indessen von den Hunden gemetzelt wurden, bis auf wenige. Und damit nicht genug weiß ich auch von Fortigern, den Britenfürsten, dass er seefahrende Germanen zu Hilfe holte gegen die wilden Pikten, mit denen doch jene Gerufenen im Nu gemeine Sache machten gegen den Rufer. Unversehens schufen Haugen, Angeln, Jüten und Sachsen ein britischer Reich. Darauf setzte der Norman den Fuß und ergriff es mit beiden Händen. Ja, meine Kenntnisse, die sind erstaunlich. Aber, mein Gott, statt mich mit ihnen zu blähen vor mir selbst, sollte ich mich erinnern, warum ich bei Wind und Wasser an meinem Stabe hierher walle und dass all die abwegigen und völlig unnützen Gedanken, die ich spinne, nur der Unruhe entspringen wegen des Mangels an Fürsorge, dessen ich mich schuldig gemacht, wenn auch eben aus Fürsorge nur. Denn für meine Schäflein habe ich gesorgt wie ein Vater, indem ich ihnen auf den heutigen Fasttag ein gutes Gericht Fische bestellen wollte, reichlich für alle. Darum habe ich Wicklaf und Edelwolf, die fischenden Männer, angestiftet, schon vor Tagesgrauen hinauszufahren und ihnen extra gute Bezahlung verheißen, wenn sie mir recht viele und leckere Fische fingen. Aber, indem er ein Wetter veranstaltete, wie es sonst zur Fallzeit sich einstellt, hat der Teufel meine Fürsorge in den gröblichsten Mangel daran verkehrt. Denn gelockt vom Mammon haben die zwei sich hinausgetraut, wer weiß wie weit, und wenn sie zur Stunde bereits die Freise verschlungen hat, so bin ich, Gott sei davor, ihr Mörder. Zwar sind es Seefeste und gesalzene Kerle, zäh wie ungrische Leder, die nichts gegen ein Tänzchen mit den wilden Ünden haben, aber was mache ich, wenn es sie doch erwischt, und wie stehe ich vor ihren Witwen und Weisen? Es hat wohl Edelwolf der Ältere nur eine Tochter, die ist vermählt mit einem Mann auf der nächsten Insel gen Osten, St. Aldelhelm geheißen, wie die meisten glauben. Aber Wickel auf sein Bruder, nährt mit Mühe sechs Kinder, und sein Weib hat das Jüngste noch an der Brust. Meine Unruhe um ihrer aller Willen ist stetig im Wachsen. Halt! Jetzt bleibe ich wie angewurzelt stehen und sperr hinaus zum Eingang der Bucht, wo ich mit meinen immer noch dankenswert scharfen Augen ein Segel zu gewahren glaube. Der Ausblick wird mir erleichtert dadurch, dass es zu regnen, wenn auch nicht zu stürmen, aufgehört hat. Ja, Gott sei gelobt, es ist ein Segel, es ist Wickelfs und Edelwolfs Boot. Da sie die schützende Bucht wieder erreicht haben, kann man sie als gerettet betrachten, und vielleicht bringen sie mir sogar die erwünschten Fische herein. Es ist wirklich stark, kaum schöpfe ich einige Hoffnung auf der Männer überleben, da denke ich schon wieder an die Fische, deren Bedeutung doch durch die Gefahr längst zu nichts herabgesunken war. Welch ein Spielball ist doch des Menschenherz zwischen Zagnis und Übermut. Nur gut, dass es die Tugend der Fürsorge ist, die mir so bald den Gedanken an die Fische wieder erweckt. Aber wie ist mir denn? Ich glaube, dort hinten zwei Boote dicht beieinander, sich auf den Wellen wiegen zu sehen. Ist das eine Täuschung meiner Augen, auf die doch im Ganzen guter Verlass ist? Nein, weiß es Christ, ich sehe ein Segel und zwei Boote. Oder sah es doch einen Augenblick so, denn nun scheint das andere sich in Dunst aufzulösen oder vom Dunst verschlungen zu werden und nur das Besegelte, auf das es ja auch einzig ankommt, ist noch vorhanden und steuert mit rauem Winde flott in die Bucht herein. Die Steinbänke zu meiden, hat das gesalzene Brüderpaar eine so große Übung und Kunst, dass deswegen meine Sorge gleich null ist. Sie kommen, sie kommen, sie schießen nur so, das Segel voll Wind, schräg von hinten, stark wäre ich versucht, ihnen Hohe, Heiho zuzurufen durch die hohlen Hände, wenn das nicht ein ungeistlich Benehmen wäre. Bei der Landzunge drüben kommen sie herein, wie ich sehe, und wollen ihre Einfahrt halten, wo die See schmal und seicht einschneidet zwischen Felsbank und Küste. Dorthin muss ich zurückgehen, das Herz voller Dank, um sie abzufangen. Kaum würde ich mich noch wundern, wenn sie auch eine reichliche Fischlast führten. Also kam das Boot herein, unter dem Winken des Abtes, ließ das Segel fallen und die Männer stakten es vollends heran, stiegen auch aus zum Schluss in das Wasser und zogen mit armes Kraft den Kahn auf den Sand, in des der Abt sie frohen Wortes begrüßte. Hallo, Hohe, Herr Wackeren, Wickler von Edelwolf, willkommen am Lande, im sicheren Port, dass ihr nur wieder zurück seid aus diesem Wetter. Dafür sei Gott gepriesen. Wir täten am besten, alle drei auf der Stelle niederzuknien und ihm Lob zu singen. Ihr seht wohl, euer Abbott hat sich bitter um euch gesorgt, dass er zum Strande gewalt ist durch Sturm und Regen. Wie geht es euch? Habt ihr den Fische? Hey, hallo, Herr, ist ja noch mal gut gegangen, erwiderten sie. Fische? Nee, das nur ein Bittel Taufil verlangt. Wir können von Lukas sagen, dass uns die Fische nicht haben, denn das, was euch ne freise, Herr, und wäre euch coup de vin, da macht ihr euch, Herr, gar keine Einbildung von. Da muss immer ein Mann des Sehndraun aus dem Boot und der Anne mit all sin Macht den Timmer holden und sonst was an kein Ding an Denken. Wie sie reden, dachte der Abt höchst ordinär, denn er meinte, dass er sich über ihre Sprechweise ärgerte, da er doch nur enttäuscht war, dass sie keine Fische brachten. So froh und erleichtert ich bin, dachte er, dass sie zurück sind, so ist es doch ein großer Tiefstand mit ihnen. Da Gott euch errettet hat, sagte er, nehme ich an, dass ihr Männer recht inbrünstig zu ihm gebetet habt in eurer Not, ja, ja, dot og, und habt nichts hineingemischt von anderer Art an schlechten Sprüchen und allerlei Krimskrams von früher her, ne, ne, wie wär wir denn? Wahrscheinlich doch, dachte er, bei dem Tiefstande, was sie für rote Bärte haben und rot und gesalzen sind ihre sehnigen muskelknolligen Leiber bis zum Gürtel nackt. Warum sind sie so nackt und haben sich ihre Wämser und Juppen entledigt bei solchem Wetter? Seine Augen gingen über das Boot hin, das außen grün bemalt war, von dem aber überall die Farbe schon absprang, sodass die weiße Grundtünche darunter zum Vorschein kam. Es lagen Netze darin, zwei Ruder, ein starken Am Hinterteil war etwas verstaut, darüber hatten sie ihre Kleider geworfen. Was habt ihr denn da und was für eine Erhöhung ist das? fragte er und wies mit dem Stabe darauf. Boah Bibel Stoff, murmelten jene, da kehrt ein Herr sich gar nicht vor. Sollten sie doch Fische haben, dachte er, und sie nur selber essen wollen, oder was sonst verbergen sie vor mir mit ihren Kleidern? Sichtlich sind sie verlegen, in der Sache muss man auf den Grund gehen, und indem er sprach, ei, lass doch mal sehen, langte er mit seinem Stabe hinüber und schob ihr schwitzig Zeug beiseite von dem, was es bedeckte. Es war ein Fässchen, handlich und prall mit beballten Dauben. Nun aber, sagte er, wie habt ihr Männer das schmucke Fässlein im Boote, was ist denn da drin? What shall das inziehen? antworteten sie mit abgewandtem Gesicht, der poor people's duft, da ist frisch water in there ist drum in zum tippeln und widersprachen sich lächerlich. Ihr lügt ja, sprach Tadel und der Abt, richtig reden, das muss man nicht, aber die Wahrheit sagen, das muss man. Und beugte sich darüber zu besserem Augenschein. Da fuhr er zurück und schlug die Hände zusammen, durch Spundloch war aus dem Inneren ein Greinen zu ihm gedrungen. Du Herr Gott, rief er still, keine Regung, keinen Laut, damit ich lausche, und beugte sich nochmals darüber. Es greinte wieder. Ihr seligen Geister und Boten des Glanzes sprach der Abt schon gar nicht mehr laut, denn es verschlug ihm die Stimme und er bekreuzte sich mehrfach Männer, ihr, eine Mutter Söhne, Wickler von Edelwulf, woher habt ihr dies Fass, denn ob ihr es wisst oder nicht, ich schwöre euch, es ist ein Menschenkind darin verborgen. Ein Menschenkind bloß, fragten sie, da wüssten sie gar nichts von und wären enttäuscht, wenn es nichts weiter wäre, sie hätten das Fass am Eingang zur Bucht mit frostiger Hand von der Freise gefischt, denn da habe ein Kahn ohne Marner sich herumgetrieben, den hätten sie angesteuert und ihn herangestärkt und hätten übernommen das Fässlein in ihr Boot, vermeinend, es möge was fassen, was für pure People von Nutzen sein könne, und ging niemand was an, wenn sie Hand drauf legten. Kein Wort mehr, unterbrach sie Gregorius, denn jedes ist müßig und kostbar an jeder Augenblick, heraus mit dem Fass im Fuge und herauf damit auf den Strand hierher, wohin ich die Decke bereite, von meinen eigenen Schultern, kein Plappern und Säumen, dies wunderbare und tief ergreifende Fässlein geöffnet, sofort, auf der Stelle, ich sage euch, es ist ein lebend Kindlein darin, brecht gleich den Boden aus, so flink wie behutsam, nehmt euer Beil, euer Messer, kratzt weg den Teer rundum, womit es vermacht, o öffnet, öffnet, so taten sie, befeuert von seinem Eifer, holen sie es flink zu lande und waren geschickt, wie handliche Männer, die mit Dingen umzugehen verstehen, des Fässleins Flanke zu lösen, zu spalten und aufzutun. offen, zog er andachtsvoll und unter leisen Gebeten hervor, was sie barg. Ein Wickelkind, auf Lagen von alexandrinischer Seite gebettet und zugedeckt auch damit, zu seinen Füßen zwei Brote und eine Tafel, sehr kostbar, zum Brief beschrieben. Das Kind aber blinzelte und nieste vor dem Tageslicht, so trübe auch dieses war. Dem war es recht, dass er schon auf den Knien lag und nicht erst darauf zu fallen brauchte. Deus dedit, Deus dedit, sprach er die Hände gefaltet, diese Geburt aus dem wilden Meere ist das heilig seltsamste, was mir all meiner Lebtage vorgekommen. Was lehrt uns diese Tafel? Und ergriff nach derselben, nahm sie vor seine Augen und überflog die Schrift. Nur ungefähr vorerst drang, was er las, in sein Verständnis doch so viel begriff er gleich, dass es mit dem Ursprung des Kindes eine zwar edle, aber entsetzliche Bewandtnis habe. Was habe ich erwartet, dachte er, dass es ein Baby in geordneten Verhältnissen wäre, das sich in einem Fasse auf der Freise herumtreibt? Erbarmungsvoll beugte er sich über den nahm, lächelte das Kleine ihn an mit süßem Munde. Dem Guten wurden die Augen feucht. Auf einmal war seine Seele voller Geschäftigkeit und er erhob sich bereit zu den entschiedensten Verfügungen. Männer, sprach er, dies Fundkind, ein Knabe, wie man mir schreibt, es ist so seliglich getan, dazu von Gott bewahrt, so wundersam in diesem wenigen Fass, das klar hervorgeht, wir müssen uns seiner unterwinden, diskrete und klug, um Gottes Willen und nach seinem unmissverständlich geoffenbarten Plan. Versteht sich, das Kindlein, noch ungetauft, gehört dem Kloster. Vorläufig aber und sofort sollst du, Viklaf, es mit dir in deine nahe Hütte nehmen, wo es ohnehin wimmelt von Brut und Ehe segen, und sollst es deinem Weibem Mahote übergeben, die hat eben wieder die Brust voller Milch und soll es wärmen und atzen, den hat nähe dich am Leben erhalten auf seiner Reise, so muss es doch vor Mangel an Wartung in der Gefahr des Sterbens schweben. Credite mich, was ihr an dem armen Würmchen tut, das soll euer Schade nicht sein. Seine Verhältnisse sind, versteht sich, zwar ungeordnet, doch ärmlich sind sie nicht, wie ihr bereits an diesen raren Gewirken sehet, die es mitgebracht. Wieder zog er die Tafel zu Rate, die er schon in seinem Kleide geborgen hatte und las in der Schrift. Dann griff er nach einem der Brote brach es und schaute hinein. Wenn ich dir, wandte er sich wieder an Wicklaf, zwei Mark Goldes gebe als Kostgeld, ein für allemal, willst du dich dafür des Kindes unterbinden und es aufziehen mit den deinen, als wär's dein eigenes, nur mit noch etwas mehr Sorgfalt, weil es nämlich, sobald es bei einigen Jahren ist, dem Kloster angehören soll? Da zwei Mark Goldes mehr war, als Wicklaf je zusammen gesehen, so versprach er's. Fort denn, nach Hause, rief der Abt, wir stehen und beraten viel zu lange schon in Anbetracht von dieses Kindes dringender Bedürftigkeit. Wicklaf, hülle das Kleine in seine unteren Stoffe, sie sind von Alessandre im Morgenlande, verstehst du, nimm es in deinen Arm und trag es, so sanft du kannst. Ich nehme die Oberlage an mich, wie auch die zwei Brote, denn das Kind kann sie nicht essen, und höre, wenn irgend Leute dich fragen und dein Weib, woher es kommt, dass ihr auf einmal sieben Kinder habt statt sechs, aber er wird den Unterschied schon merken, so sagt ihr, er hätte dieses von eurer Bruderstochter auf St. Aldelhelm, oder wie ihre Insel heißt. Die habe es geboren, sei aber dämpfig auf der Brust und könne es nicht warten, darum hättet ihr es geholt und wolltet aus verwandtschaftlicher Liebe euch seiner unterwinden. Dat's aber log und fiddelfaddel, mischte jetzt Edelwolf sich widersetzlich ein, mein Dochter ist gar nicht dämpfig, sondern helbig und haarlich rundum wie ein Appel und könnt zwölf Kittens obbringen, wenn sie bloß welche hätt, dat's Horx, ihr erheft uns alle wegsekt, dat wir schellen die Wahrheit zählen, wenn og mit schlechten Muhl. Musst du wieder bellen, Edelwolf, fragte der Abt, gegen eine so feingesponnene Ausrede und mit hässlichen Namen nennen, was der Wahrheit so nahe kommt, denn wie ihr mit dem Kinder im Boot hereinkamt, da hättet ihr nach Bild und Anschein wenigstens recht wohl von der Insel St. Aldelhelm und deiner Tochter kommen können, die ich nicht kenne, die du aber gewiss mit Absicht als übertrieben robust beschreibst. Ich will dir etwas sagen, wenn ich dir eine Goldmark gebe, einmal, für allemal, willst du dann diese fromme Lüge, die ich deinem Bruder auftrug, gelten lassen und heilig deinen Mund halten darüber, wie wir das Kind gefunden für eine Mark war Edelwolf sofort zufrieden. Wiglaf, mahnte der Abt, stolpere nicht mit dem Kinder vor Freude über den Reichtum, aber auch Edelwolf ist nun recht vermögend, er hat nichts dagegen, dass ihr, du und Mahote, gleich wenn ihr gegessen habt, nach der Mittagshohe, das Knäbchen zu mir ins Kloster bringt und mir berichtet, es sei eurer Bruders Tochter Kind und ihr wolltet Eltern statt an ihm vertreten, weil seine Mutter zum Meister Sieg betütet. Ich aber, so betet ihr alle, möge sein geistlicher Vater sein und ihm sogleich die Taufe angedeihen lassen, deren es noch ermangle. Sprecht ordentlich und fein, ich will euch im Kreis der Brüder empfangen und dies ist keine Sache, dass ihr euer Maul nach täglicher Bequemlichkeit dürft laufen lassen. Die Brüder würden euch verlachen, sagt nicht, ihr schält den Zuckling doppen oder bappen, nicht so ungeziemend, nehmt euch zusammen, spitzt die Münder und sprecht, Ehren, Herr Abbott, dies kürzlich geborene Kindland, senden euch unsere frommen Parentes, die es uns anvertraut, und bitten euch im Eigenhändigen die Heilige Christenung zu spenden, damit ihm ein seliges Leben erkauft sein möge, insonders, wenn ihr geruht, ihm euren eigenen Namen Gregorius zu geben. Wiglaf, sprich es nach. Und dreimal musste Wiglaf mit großer Mühe die Bitte gespitzten Mundes nachsprechen, ehe der Abt von ihm schied und er zu seiner Hütte kam. Da gab er das Kindlein seinem Weib Mahote, indem er ihr bei harter Prügelstrafe gebot, nach dessen Herkunft nie nicht zu fragen, den Leuten aber benötigt, dies und das zu sagen und es zu pflegen, als wäre es ihr eigenes, nur noch etwas besser. Sie aber dachte, mit seinen Prügeln, da muss man ein Mann sein, zu glauben, man könne ein solches Geheimnis lange hüten vor der Frau. Ich will es schon lüften.